Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler. Wir behandeln weiter das Geschlecht der Substantive. Wir bleiben bei Feminin-Substantiven. Ja, also, Sie können sich merken, eine allgemeine Regel. Feminin sind Substantive auf die Endung I. Das E dominiert bei Feminin, also Nominativ, der bestimmte Artikel die, der unbestimmte eine, die Negation keine. Und das Positivpronomen meine, deine und so weiter. So, Beispiele. Links das Substantiv, rechts das Beispiel. Die Malerei. Ja, Ihre Malerei gefällt mir. Wir haben rechts ein Bild von Barbara Zische Cisjadis. Ja, mir gefällt das Bild, es spricht mich an. Die Bäckerei. Ich kaufe Brot in der Bäckerei. Und Sie? Die Metzgerei. Ich kaufe Wurst und Fleisch in der Metzgerei. Die Schweinerei. Ja, diese Politik ist Schweinerei. Die Partei. Die Partei hat immer Recht. So ein Zitat nach Lenin. Die Druckerei. Die Druckereien gehen. Der Print on Demand ist in. Das heißt, in Zukunft wird wirklich nur auf Abruf gedruckt werden. Nämlich elektronisch. Danke.